Ich habe was vorbereitet. Ernsthaft. 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 Haft. 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 Verhaftet wegen Ernst. Nehmt uns nicht in Ernsthaft. Ernsthaft. Kommt genau aus, bitte. Ernsthaft ist die U-Haft des Poets. Unmenschlich, inhuman. Ernsthaft ist der Start in eurem Kopf, der euch greift bei eurem Shop. Gebt uns Humor amnestie. Wir haben sie verdient nach all der Ernsthaft. Wir sind draußen auf Bewährung. B-Währung. Die zweitwichtigste Währung. Nein, in eurem Kopf ist alles Geld, also spreche ich eure Sprache. Nicht meine. Meine Sprache ist Sprache. Ich bin kein Hund des Kapitalismus. Der wählt. Wuff. Weil er muss. Weil alles muss. Im Kapital ist muss. Kapital ist muss. Witz. Witz. Man kann Sprache nicht ohne Rache schreiben. Rache. Man kann Sprache nicht ohne Rache schreiben. Rache für den Humor. Humor und Tumor sind fast das gleiche Wort. Sie teilen sich die Buchstaben. Sie teilen sich einen Mord. Steckt ihr uns deshalb in Ernsthaft? Für einen Mord, den wir nie begangen haben? I shot the sheriff. But I did not shoot slam poetry. Verhaftet vom Politkommissar. In Ernsthaft. Für einen Witz, der niemals war. Wir sind Poeten. Wir sind Nelson Mandela. One day, baby. One day, baby. Sind wir frei. Dann ist es vorbei. Bye bye, Unimond. Bye bye für den Tyrann, der auf eurem Rücken droht. One day, baby. Sind wir frei. Frei von einer Ernsthaft, die niemals war. Wir sind Poeten. Wir sind Culture-Könninger. Dankeschön.